Ich glaube, Level 6 muss ich werden, weil da gibt es, glaube ich, wieder richtig geilen Scheiß. Ja, jetzt wird man geschmeidig. Oh, so. Erstmal in die Fresse hauen. Oh Gott, ey, das sind immer so viele. Meine Fresse, ey. So. Dank meiner Elementmanipulation gar kein Problem. Die machen aber alle auch recht viel Schaden, finde ich. Das finde ich irgendwie kacke. Okay. Gar kein Problem. Jetzt wird gekoont, mein Freund. Jetzt wird gekoont. So, a little bit of bonus damage. Freude dich Chaos oder zahle den Preis. Mann, ey, der kann immer nur... Das ist immer voll kacke, ne? Er könnte jetzt ihn an, ja? Gut, dann greift er halt ihn an. Ich bin doof. Oh. Ah, ne, hätte eh nicht geklappt. Hätte ich mich in die Mitte gestellt, da wo jetzt die Jungenkeit steht, hätte ich, glaube ich, zwei Leute treffen können. Hast du nix. Die Welt wird schwarz. So. Jetzt kommt er. Mein Kiel! Die haben mir auf den Kiel gehauen. Okay. Knie nieder vor Chaos oder verwirke dein Leben! Entfessel das Chaos! Kommt der kleine Lutscher da. Guck ihm so. Laser online. Heilen. Heilen. Ich könnte natürlich heilen. Ganz besonders, Heilung bräuchte theoretisch eher der Kuhn. Beziehungsweise hier in so einem... Na, ich mach mal so, weil der Kuhn braucht Heilung. Obwohl der Jungenkeit natürlich auch Rettung bräuchte. Oder Hilfe. Oder was auch immer. So, ihn? Ne, das macht keinen Sinn, glaube ich, ihn anzugreifen. Deswegen würde ich jetzt eher ihn angreifen wollen oder hier einen. Er wird danach tot. Na gut, dann greife ich ihn an. Halt erledigt! So. Hauen wir rein! Jetzt sind die natürlich erstmal wieder dran, aber... Du hast keine Chance! Oh, die Ulti ist fertig. Zu mir! Überrennen wir sie! Oh gut, jetzt ist er down, das ist scheiße. Kuhn am Start! Ich weiß nicht, der eine noch blutet... Er kriegt doch eh mal Damage, ne? Okay, aber leider nicht genug. Schade. Okay. Ach du Scheiße. Okay, ähm... Die Frage ist jetzt... Das ist ja blockiert, aber... Den könnte ich vernichten. Okay. Und tschüss! So, jetzt ist die große andere Frage. Ja, gell? So. Ich glaube, das sehen wir das erste Mal jetzt so richtig, ne? Wie er völlig ausrastet. So. Ein gründliches Fisting. So kann man's nicht mehr. Nur Wahnsinn und Chaos erwarten dich! Okay, mittlerweile wird's ein bisschen blöd. Warte mal ganz kurz da. Müssen wir mal ganz kurz... Müssen wir mal kurz anders machen. Äh, verkackt! Die Runde mal ganz kurz zurückholen. Äh, ne doch, ich greife ihn an. So. Dann ist er auch ein bisschen weiter weg. Jetzt macht er ihn kaputt, das heißt, ich muss ihn gleich, ähm... Meine Laser sind wieder komplett aufgeladen. Jetzt kannst losgehen! Wiederbeleben. Also, Wiederbelebung. Oder ich rufe einmal die, aber es lohnt sich nicht. Hä, lohnt sich nicht. Meine Winde werden dich erfrischen. Muss ich auf jeden Fall mal machen. Auch Moses rufen. Aber es lohnt sich halt einfach nicht. So, er ist wieder dran. Das heißt, jetzt folgendes. So. Zack. Jetzt haben wir noch den einen kleinen Fisser da. So. Gut. Und... Gewonnen. Sehr gut. Kuhn & Friends, das war sehr gut. Muss ich sagen. Muss ich sagen. Obwohl das auch ein schwieriger... Schwieriger... Rer-Rer-Rer-Kampf war. Was natürlich aber auch ein bisschen daran liegt, dass die, ähm... Die Erwachsenen natürlich relativ viel Leben haben. Und die Kleinen machen irgendwie mega viel Schaden. Habe ich so das Gefühl. Geht er sofort weiter. Keine Panik. Ähm... Okay. Ich hole mir auf jeden Fall oben das... Das Dings da. Das Dings da bumscht da. Ähm... Und würde man gerne wissen, ob hinter dieser einen Halle, die hier ist, wo der Fernseher dran hängt, ob es da weiter gehen würde. Egal, wir gehen erstmal hier hoch. Infernale Zeichen... Infernale Zeichenrezepte. Ah ja, okay. So... Ach, Lada. Lada, hm. Leider geht's da nicht weiter. Schade. Ich höre Katzen. Ja, das kann sein. Keep out. Ne. Da geh ich nicht hin. Meine Kuhnohren hören Katzen. Oh, deine Kuhnohren, na dann. Hey, was zur Hölle? Wer ist das? Oh mein Gott. Der Selbstjustizler. Ganz genau. Der Kuhn. Und so ein kleines fettes Kind. Hm. Wo ist diese Katze? Das ist echt Qualitätsware. So eine Katze würde direkt an den Boss gehen. Du Idiot. Du sollst ihn nicht erwähnen. Jetzt müssen wir die Scheiße umlegen. Was machen die mit den Katzen? Fehlt dann hier den Urin, die Kacke? Oder was machen die? Wer will zuerst? Achtung, dramatischer Kuhn-Move. Oh shit, ey. Hier ist aber... Das geht doch bestimmt... Explodiert das? Wahrscheinlich, ja? Hier kommt der Kuhn. Vorsicht! Stirb, stirb endlich! Oh oh. Schnell wieder zurück. Okay, er wird... Nice! Er wird selbst auch Damage jetzt kriegen. Aber egal. Okay. Das ist nicht schlecht. Drogen-Dealer-Schlafschätze. Und los! Okay. Two-Shed. Two-Shed kann zumindest die hier... Holz-Schlüssel! In Deckung! Explodieren lassen. Das ist natürlich gut. Können wir gleich alles niederbrennen hier. So. Explodiert. Aber ich glaube, die macht jetzt keinen wirklichen Damage. Wobei doch... Naja... Doch. Dadurch ist natürlich auch die hochgegangen. Dadurch wird die hochgehen. Er kriegt Doppel-Damage. Und dadurch geht natürlich auch die hoch, wo der andere auch Damage kriegt. Und eventuell daran stirbt. Ähm. Aha. Verbündeter freigeschaltet Callgirl. Für die schnelle Nummer. Ach so. Okay. Mal gucken, was Callgirl gebraucht hat. Das kann die. Niemand weiß es. What is that denn? Verursache bei einem Gegner Schaden und eine Verteidigungsverringerung. Okay. Alles klar. Ähm. Okay. Mit mir würdest du das nicht machen, oder? Alles klar. Nicht nur deshalb, denn du hast es verdient. Der Wind der Gerechtigkeit. So. Humankind ist am Stizzle. Würde aber gar keinen Gegner treffen, was doof wäre. Ja gut. Das heißt, Humankind wird er jetzt heilen. Ich komme zur Reddorf. So. Weil ich glaube, mehr bringt nicht. Ich bin nicht so cool wie lange nicht. Der Kuhn ist wieder im Stizzle. Das blöde ist, ich kann keinen treffen, ey. Mit den ganzen Fähigkeiten. Das ist natürlich sehr, 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 sehr ärgerlich. Doch, ihn könnte ich. Okay. So, dann mache ich ihn kaputt. Dann haben wir nur noch einen, der da unten steht. Okay. Der ist zwar auch dran, aber das macht überhaupt nichts. Jetzt wird genagelt, ihr Wichser. Jetzt wird genagelt, ihr Wichser. Es braucht niemand heilen, um Scheiße. Ähm. Ja, gut. Der ist natürlich jetzt blöd. Ich kann nichts machen. Doch, warte mal. Warte mal, warte mal. Moment, Moment, Moment. So. Der Laserbohrer. Ich hoffe, du hast eine Schutzbrille. So. Der Einzige, der hier wirklich gescheit irgendwas tun kann, ist er. Zack, zack, zack. Sehr gut. Und jetzt ist sie ja schon wieder dran. Mal gucken, was sie noch kann. Ah, ist blockiert. Aber das funktioniert, ne? Ja. Was macht das? Du erhältst Blick, du blockst und erziehst einen Feind. Okay, das ist... Och, nö. Dann mache ich lieber das nochmal und dann ist er nämlich auch weg. Du wirst mich hassen. Seine bescheuerte Fähigkeit aber funktioniert. Letzter Versuch. Ich weiß, dass du dieses ganze Campen nicht so liebst. Not bad. Drogenflaschen, ja, das ist natürlich nice. Bin ich? Jawoll. Stufenaufstieg. Ich habe ein neues Artefaktplätzchen freigeschaltet. Okay, hör zu. Das hier ist nicht unser Ding. Der große Boss hat alle Syndikate unter sich vereint. Die Italiener, die Russen, die Sexklässler, alle arbeiten für ihn. Die Tune und die Katzen fissen die Drogen und den Alkohol. Der ist der große Boss. Er macht das nicht mal wegen Geld, Mann. Es heißt, er will einfach nur eine Welle von Gewalt auslösen. Wow, das hört sich gruselig an. Das ist gar kein Ausdruck dafür. Und jetzt wird der Boss erfahren, dass wir gesungen haben. Die sind tote Männer. Ähm. Okay. Möglicherweise ein bisschen sehr drastisch. Aber gut. Echt krass, Alter. Los, hier lang. So ein bisschen. Ja, ich weiß, du würdest was sagen. Aber Moment. Artefakt. Wir haben nämlich einen neuen Artefaktplatz. Ist zwar nur ein kleiner, aber trotzdem. Ähm. Ich will unbedingt so ein Ding haben noch. So. Ein kleines Plätzchen habe ich noch frei. Da kann ich einen 60er nur reinmachen, weil ich mehr leider nicht habe. Schade. Mäh. Na gut. Obwohl, habe ich was, was besser ist? Ultimativladung. Rückstoß. Hä? Das macht ja gar nichts besser. Das ist ja voll scheiße, das Ding. Oder ist das woanders? Hä? Ne. Okay. Das ist definitiv besser als das, was ich sonst einbauen könnte. Okay. Das bringt ja gar nichts. Gut. Ähm. Also lieber das. Statuseffekte. 2% bringt nichts. Aber. Die Erholung auf 30 bringen ist natürlich eine gute Sache. Achso, warte mal. Ich könnte mal gucken. Was geht denn hier unten eigentlich ab? Ähm. Beim DNS-Strang. Ich brauche ja Hirn. Hm. Naja, das ist schon mit das Beste, ne? Okay. Weiter geht's. Wir sind da noch gar nicht drinne. Okay. Ich werde insoweit neuer. Das ist der Code? No. Achso. Chaos! 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 Puh! Los gehen! Ist ein krasses Passwort. Die Herrschaft der Ordnung ist vorüber, Kuhn in Franks. Oh Gott. An den Chaos-Ballwerfern kommt niemand vorbei. Wir müssen irgendwie zu der Leiter kommen. Der Hass des Meisters lässt sich nicht stillen! Okay. Okay. Was kann ich denn hier machen? Funktioniert das mit ihm? Ein bisschen Druck rein und dann geht das schon. So. So. Stöpsel mal eine Ding. Dann geht's los. Ich brauche zwei Hände dafür. So. Hey! Cool! Feuerwerk! Geil, ne? Das passt mal auf. Au! Ei, 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 ei. Aber ist überhaupt kein Problem. Die ganze Stadt wird brennen und Chaosfeuer wird die Welt verzehren. Zack. Feuerwerk! 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 Kann so gefährlich sein? Ich wollte gerade sagen, das bringt ja gar nichts. Aua, er hat mich jetzt selbst getroffen. Dramatische Wendung. Schnapp sie euch Chaos-Kids! Okay, die brauchen aber anscheinend eine Runde, bis sie dann aufgeladen sind. Wir sind wie die Heuschrecken! Okay, ähm... Wir werden mal hinter die feindlichen Linien gelangen. Ah! Merke, ziel auf das Gesicht oder in den Schritt. Oh, weiß Bescheid. Okay, wir werden doch nicht hinter die feindlichen Linien gelangen. Schade. Jetzt wird's chaotisch! Hm, okay. Du könntest eventuell mit irgendeiner tollen Sache irgendwas Tolles machen. Aber niemand weiß was. Na gut, machen wir das hier. Häng wir hin! Alle Infos zu meinen Laserbohrern gibt's in Toolshed. Alle Tools 1 fallen erhältlich. Okay. Dann kommst du. Fuck! Na gut. Machen wir das hier. Und jetzt... Ja, das ist ja kacke, er kann nicht angreifen. Na gut, weil du vorne stehst, kriegst du ein Schild. Kümmer mich drum! Oh, hinter uns stehen auch welche. Eieieiei, die hab ich gar nicht gesehen. Aber das ist kein Problem, weil die haben verschissen. Oh. Der Kuhn, der stand da natürlich ein bisschen doof jetzt. Aber egal. Weil das Ding ist dann gleich kaputt. Allerdings würde ich eigentlich gerne ihn angreifen. Dann ist er nämlich weg. So. 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 Jetzt schmeißt du deine Discs der Liebe. Wenn ich mal an, Alter. Gerechtigkeit kommt ohne Anleitung. Genau. Nee, warte. Fuck. Na gut, ich kann so nicht treffen. Das heißt, ich muss das hier anwenden. Geht leider nicht anders. Okay. Ähm. Na gut, pass auf. Dann mach ich den erstmal kaputt. Jetzt kommen die natürlich von hinten. Ich hab keine Ahnung. Wird ein Wund haben. Toch. So. Keiner von meinen Neuen steht da drinnen. Ich hab mir ihre eigenen. Das finde ich gut. I like that. Oh Gott, da kommt schon wieder so ein fettes Ding, ey. So. Pam, pam, pam. Dann ist er down. Hinteres Opfer des Kuhns. Ah, okay. Warum darf denn der eigentlich angreifen? Nee, 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 warte mal. Das geht so mal gar nix. Dein Zug gehört jetzt Kuhn in Friends. Du bist dran, neuer. So, das geht so mal überhaupt gar nix. Deswegen kann ich glaube ich auch nichts anderes machen außer, ja, sowas. Na gut. Ich geb's zu. Du hast Potential. Okay. Pandemonium. Jetzt kommt er, aber der dürfte in der nächsten Runde... Wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Down rein. Ja, ja, wenn wir dazu kommen. Hm, was würde aus diesen Trotteln Schutt und Asche machen? Ach, ja. Zaun des Kite. Okay. Zaun des Kite. So würde ich alle treffen, würde ihn natürlich, aber egal. Ich mach das jetzt. Weil dann ist er down. So, sehr gut. Er ist immun. Ei, 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 ei. Okay. Gut, jetzt sind natürlich die Waffen erstmal dran. Das macht nichts, das wird den Humankind natürlich treffen, aber macht auch nichts. Das macht auch absolut gar nichts. So. Okay, ich glaube jetzt wird's Zeit. Ich werd das Ding jetzt einmal probieren. Komm, ich werd jetzt... Ich könnte mich auch heilen, aber das lohnt nicht, deswegen war ich jetzt das hier. Okay. Okay. Kommt und ballert sie nun. Ich kann direkt nach Wunsch zu. Okay, kommt und Handgranate. Warum nicht? Warum nicht? So, die sind natürlich noch fit. Hm. Hm. Alter, der kann auch gar nichts machen, ne? Ja, hier ist halt blockiert. Hm. Na gut. Dann muss er halt das hier machen. Und er darf angreifen. Oh shit. Schmerzhaft. So. Okay. Oh Gott, der ist gegen so ne scheiß Immun, was natürlich doof ist, aber macht nix so. Ich werd jetzt erstmal das Ding kaputt machen. So. Das heißt, das Ding haben wir schon mal ausgeschaltet. Er schießt, interessiert mich nicht, weil er trifft mich eh nicht. Und der Kuh. Der Kuhn ist am Stizzle. Hä? Wo geht denn das nicht? Der ist wahrscheinlich zu schwer dafür, ne? Hm. Okay. Das heißt, das funktioniert nicht. Das heißt, er kann auch gar nix machen. Aber nun ist seine Runde beendet. Auf sieh! Hm. Warte. So. Und Laserbohrer. Schöner Multischuss, Toolchat! Und tot. Juhu! Haben wir auch das Ding gewonnen. Schmerzbringer von Gaia. Sehr gut. Sehr gut. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Das ist ja gut.